Wolverines, SDF-Operation beginnt. Waffen scharf. Was geht ab, ihr geilen Klubschieß? Herzlich willkommen zurück in der Beta von Infernet Warfare. Und ich bin so scheiße und hab immer noch nicht meinen Skaff rausgeholt. Alter, ich bin so scheiße. So, wir spielen mal mit der Erath. Gut, wir spielen jetzt auch Herrschaft. Habt ihr gerade schon gehört, da ist ne Wurst. Ähm, das Wichtigste erstmal gezeigt, da ist ne Wurst. Die Map kenne ich ja schon ein bisschen, auf der habe ich meine erste Runde gespielt. Und ich spiele mit der Erath, eine Maschinenpistole, Energie. Ich werde aber erstmal mit der Pistole spielen, denn ich habe als Mission, ich soll einen Kill mit einer Pistole oder einem Werfer machen. Ich will aber nicht mit einem Granatwerfer spielen, ich weiß gar nicht, ob ich eine Ausrüstung habe, wo einer drin ist. Ah, fuck you, Bitch. Von daher, so. Fuck. Ähm, was auch neu ist, man kann einstellen, ob man beim Sprinten nachladen will oder nicht. Das kannst du, äh, einfach in den Einstellungen einstellen, in den normalen. Äh, finde ich interessant. Finde ich sehr interessant. Äh, normalerweise war das entweder, es wurde, ja, es wurde vorgegeben. Entweder bei Black Ops 3 konntest du beim Sprinten nachladen. Oder wenn du Modern Warfare hast oder so, da geht es halt nicht. Da, wenn du nachlädst, äh, wenn du sprintest, bricht das nachladen ab. Das ist da halt so. So. Noch einen habe ich, jetzt brauche ich noch einen, dann habe ich die nächste Stufe geschafft. Ich finde das gut, dass das so mehrstufige sind. Und auch, dass das so verschiedene Missionen sind, also halt mit Pistole spielen oder so. Ich weiß zwar noch nicht ganz, was das so bringt, aber, ähm... Ich denke schon, dass das auf jeden Fall irgendwas bringen wird. Hoffe ich zumindest. Und, äh, dann lohnt sich das auch, denke ich, vielleicht mal. Weiß nicht, was man da halt so kriegt, äh, Waffenmodifikationen da, die verschiedene Versionen der Waffen oder so. Der war fast tot, Alter. Jawohl. Was? Okay, sieben muss ich jetzt machen, dann kriege ich Silber. Okay, ich versuche das einfach mal. Ich gucke mal, was ich da halt, äh, so kriegen kann. So, den habe ich weg und da bin ich auch weg. Ah, okay. Das wird dann gelb angezeigt, wo man was verliert. Ich finde das aber auch interessant, dass sie nicht einfach nur sagen, äh, wir verlieren C oder so, sondern sie werden hier gebraucht. Also, sie werden bei C gebraucht oder so. Das ist mal was anderes. Ich finde das aber auch gut, dass die Energiewaffen selbst nachladen. Also, ich finde das irgendwie, äh, ziemlich nice. Feindliche Drohne in ihrer Nähe. Ach, komm. Ja, ich spiele jetzt natürlich nicht so gut, was halt daran liegt, dass ich mit der Pistole spiele, nur. Nein! Ach, fuck. What? 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 Hä? Da war der in dem Haus drin, aber, äh, ja, keine Ahnung. Leichte Verwirrung, leichte Verwirrung. Oh, shit, Alter, was ist das denn da für ein Ding? Boah, ja, nudeln mir doch den Sack durch. Fuck you. So. Er ist mich. Ich bin auf deiner Seite. Alter! Feindliche Drohne in ihrer Nähe. Ach ja, Skarabios war ja das. Die, äh, steuerbare Drohne da. Erhöhen Sie die Kampfeffizienz. Okay. Halt sich auf jeden Fall an, als würde ein Roboter hier unser Commander sein, oder wie man den nennt. Unser Ansager. Äh, erhöhen Sie die Kampfeffizienz, äh, ich glaub nicht, dass das ein Mensch sagen würde. Jawohl, Alter. Okay. So, ich bin mal kurz so frei und hol mein Skaff raus. So, da bin ich wieder. Und hier ist jetzt auch der Skaff, Alter. Jetzt geht's los. So. Einen Pistolenabschuss noch. Dann haben wir die sieben voll. Was? Ich bin Erster aus meinem Team? Und das, obwohl ich nur mit Pistole spiele, Alter. Okay, die Granate war scheiße. Ah, Mist. Da hätte nur ein Schuss gefehlt. Jawohl. Okay, Silber. Und drei weitere jetzt noch für... Was war das denn jetzt? Ah, Plasma-Granate. Okay. Und drei weitere noch, dann haben wir Gold. Ich weiß nicht, ob Gold das höchste ist oder ob da noch Platin oder so ein Scheiß kommt. Ah, fuck, Alter. Da wollten sie mich alle haben. Jawohl. Die hab ich noch mitgekriegt. Feindliche Drohne. Das, äh, find ich nicht so geil. Wat? Tua, war das so ein... Alter! Was? Zum Fick einfach nur! Wo ist der hin? Ja, natürlich! Wat kommt denn hier gerade alles, äh? Komm überhaupt nicht mehr klar. Jawollek. Was ist hier los? Ei, 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 ei. Okay, der Tor, der ist hart. Na komm. What? Du Fick-Schnitzel, Alter. Ach, fuck. Gut, holen wir mal unsere Oldie hier raus. Alter, ja, was ist denn hier los? Okay, ja. Die sind nur zu viert und die haben alle schon ein bisschen gespielt. Und ich spiel nur mit der Pistole. Das kommt auch noch dazu. Melone. Fuck. Ja, da hätte ich auch nichts anderes erwarten können, eigentlich. Ja, wo leck, ey. Ja, sicher du mal C. Ich will hier noch. Keine Ahnung. Fuck. Ich seh gerade unten links, die Zeit steht auf Null. Aber die Runde läuft halt noch. Alter. Gut, ein Kill brauche ich noch. Komm, ein. Ein, 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 ein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich scheiß gerade auf die Flaggen. Ich will das schaffen hier. Heizt's Maul. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das war so klar, Alter. Das war einfach so klar. Was? Womit spielt der Typ? Auslöscher? Was ist das? Holy shit, Alter. Gut, er hat einfach mal ne Minigun dabei. Mission gescheitert. Versuche die Kampfmotorolle anzupassen. Ja gut. 10, 37 habe ich gespielt und bin der Beste aus meinem Team. Und ich habe nur mit einer Pistole gespielt, Alter. What the fuck? Einfach nur. Wir haben sicher eine Beförderung und Ausrüstung verdient. Okay, ich bin jetzt Rang 3 und, äh, F bin ich jetzt Rang 4. Okay. Vollautomatisches Ballistikgewehr, schnelle Schussrate mit einem leichten Rahmen für erhöhte Kontrolle und Mobilität beim Feuern aus der Hüfte. Alles klar. So, gucken wir mal kurz hier rein. Nehmen wir mal, optimiert für Tempo und Nahkampf. Komm, nehmen wir mal ihn hier. Okay, das ist das. Und Kampfschub erlangen sie nach jedem Abschluss einen kurzen Bewegungstempo-Schub. Alles klar. Äh, welche Waffe spiele ich dann gleich mal? Ne, komm, den Sniper will ich nicht, ganz ehrlich. Ach komm, nehmen wir einfach mal die dann direkt. Oh, hoppala. Ähm, Moment mal. Ah. Ich hab hier eine P90 drin. Okay, also hier kann man direkt Overkill an- oder ausmachen. Aber, äh, Overkill will ich nicht. So, hier. Ne, wobei. Alter, was war das gerade für ein Geräusch? Tarnung. Wüste. Taktik Stadt. Wildnis. Weichauten. Alter. Okay. Alles klar. Ey. Okay. quéoo is. Ich weiß.